Herzlich Willkommen zu einem neuen Video von Simple Life Stories. Mein Name ist Monja und ich muss ganz schnell machen, weil Angelika macht schon das Planer-Buddy-Paket von der Ayesha auf. Und ich muss natürlich aufpassen, dass da nichts verloren geht. Das werdet ihr verstehen. Hallo ihr Lieben. Was ist drin? Lass mich gucken. Oh. Oh ja. Oh ja. Oh. Happy Scrappy. Total schön. Guck mal. Ja, schön. Sticker für die Schule. Klasse. Vacation, Winter Break. Staubsauger. Das ist auch eine tolle Idee. Staubsauger. Ja, das muss ich auf jeden Fall reinkleben. Guck mal hier. Richtig schön. Schön. Super. Ayesha, du hast uns ein richtig tolles Paket geschickt. Wir sind jetzt schon begeistert und haben noch nicht mal alles durchgeguckt. Also hier sind so ein paar kleine Monster drin. Die sind auch total süß. Ja, ich weiß auch schon, wo ich die reinklebe. Natürlich. Und hier haben wir noch Scrapbooking Papier. Und einen Stern zum Aufkleben. Die sind natürlich auch richtig schön. Scrapbooking Papier. Und es ist natürlich toll, dass die Ayesha an Valentinstag gedacht hat. Richtig schöne Papiere. Und da kann man natürlich herrliche Dashboards aufpassen. Oh. Oder andere Sachen. Und ja, ich muss leider aufpassen. Ich kann nicht... Ja, Ayesha fragte mich, was ich gerne mag. Und die Hello Kitty Sticker, das sind natürlich meine. Also sorry, aber die kann ich jetzt den Planer Buddies leider nicht mehr geben. Vielleicht ein paar. Ein, zwei. Die sind auch richtig schön, oder? Schön, sehr schön. Charms. Breads. Die man an den Planer machen kann. Also wird sich einen Weg finden. So richtig schön mit Rosen und alles. Total schön. Vielen Dank. Dann machst du ein Loch rein mit einem Locher. Und dann klipst du die da rein. Ja. Dann hast du wie so einen Marker. Das ist doch eine tolle Idee. Guck mal, sind die nicht süß? Ja. Sehr schön. Und die auch. Und das... Oh ja, da hat die Ayesha mir gestern... Das hat sie mir schon auf Facebook gezeigt. Ah. Da habe ich mich schon drin verliebt gehabt. You fill me with sunshine. Ja, schön. Total schön. Danke. Vielen lieben Dank, Ayesha. Da freue ich mich riesig drüber. Und vor allen Dingen, wie schnell das Paket hier war. Ich weiß, du schickst das gestern los und heute ist es schon da. Was natürlich dazu führte, dass ich mich schon den ganzen Tag auf den Briefträger gefreut habe. Oh, schön. Total schön. Also kleine Charms, die man hier an die Seiten dran macht. Ich lege die mal hier drauf, damit ihr die sehen könnt. Und ach so, die Monster Sticker, die hatten wir gerade. Dann hier noch ein paar Samples. Ach, voll schön. Genau. Das sind so Samples. Ich habe mir auch einen total schönen Ayesha, dass du dir die richtigen Farben gemacht hast. Weil auf diese Weise können wir die natürlich direkt für eine Woche benutzen. Das ist klasse. Mhm. Und hier sind noch Project Life Cuts. Ich weiß nicht, ob die wirklich von Project Life sind oder andere, aber ist auch völlig egal. Die sind total schön. Ja. Sehr schön. Die finde ich toll. Das sind so Seiten, die wir gerne haben. Guck mal, wie schön. Die sind so ganz filigran. Guck mal. Ja. Auch richtig schön, ja. Ja, liebe Ayesha, vielen, vielen lieben Dank. Wir freuen uns riesig. Und wie du siehst, ist Angelika schon hier und möchte sich auch was schnappen. Dabei ist das definitiv mein Bereich hier, der Planerbereich. Also ich muss mal gucken, was ich abgebe. Ja, mit anderen Worten, ich bekomme nichts ab. Gar nichts. Und ihr kriegt schon gar nichts ab. Die Ayesha ist auch einfach mein Planer-Buddy, mit dem ich getauscht habe. Also Ayesha, vielen, vielen Dank. Ich hoffe, wir wiederholen das. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.